Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Kingdom Come Deliverance. Wir hatten jetzt den Dingsbums da eingefangen, den Jeschek von Rohnau oder so, der Fälscher da. Jetzt müssen wir nach Skarlitz, den hier ein bisschen mit Herrn Ratzig sprechen. Hier müssen wir mit dem Tobiser Pfeiffer, der ist auch gleich nach Skarlitz abgedackelt. Das war natürlich schlecht. Ich hatte keine Gelegenheit mehr, mit dem zu reden. So, ansonsten könnten wir hier noch ein bisschen machen, aber... Mal gucken, ob hier schon irgendwas freigeschaltet ist. Ne. Kommt vielleicht noch ein bisschen später. Ich wollte mal was gucken. So. Ja, dann zockeln wir mal nach Flurma. Ah, ist morgens früh. Ja gut, dann zockeln wir mal nach Skarlitz. Uns gemütlich. Gucken mal. Gucken mal. Na, ich glaube, ich habe meinen Hund eigentlich. Und? Ach, da läuft er rum. Pferdchen steht da oben. Ich habe, glaube ich, noch was zu futtern für dich. Aber Junge. Sogar noch ziemlich viel. So ist's echt. Müsste ich eigentlich verkaufen, den Schrott. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Ganz lecker. Ganz lecker. Ganz richtig. Lohnt sich doch. Lohnt sich aber auch nicht. Kriege ich ja nichts für. Hätte mal nach Pugelslawitz und dann trocken müssen. Trockendörrfleisch oder so. So, dann machen wir jetzt mal auf den Weg. Dann reiten wir mal nach Rattai. Aha. Jetzt ist es eine Schmiede. Wir gucken mal, was uns unterwegs so begegnet. Es ist unterwegs so ein paar Dinge zu überfallen gibt. Oder auch nicht. Grundsätzlich am besten so über Fallstellen voll durchreiten und dann erst überlegen hinterher, ob man kämpfen will oder bloß es. Ob man einfach keine Lust hat und weiterreitet. Muss so aufpassen. Und nicht in irgendeiner. Wenn ich da irgendwann auf dem Weg läge, da müsste man rum reiten oder so. Fröhlich genug. Hier ist nix. Okay, dann können wir weiter. Wir haben gleich noch eine Stelle. Ach, ein Hälschchen. Auch nix. So. So. weiter halten hier nichts los glaube ich gleich mit der rät kann mit der röser nicht spazieren gehen Ah, der Schreihals ist ja noch gar nicht auf. Auch noch nichts. Aber wenn so lange es regnet, wird Theresa nicht mit mehr spazieren gehen. Die sitzt zwar manchmal voll stundenlang im Regen, völlig frei, wo wir spazieren gehen Wir müssen irgendwann mal wieder Blumen sammeln, Blumen pflücken. Kräuter sammeln oder sowas. Irgendwas besinnliches machen. Jetzt wollen wir erstmal hier. Kräuter sammeln. Kräuter. Kräuter. Ritter. Kräuter. Guck mal, da steht einer. Okay. Speichere ich aber lieber. Na, sonst ist das nicht so schlimm. Ich weiß nicht, was der will. Aber ich kann nicht... Das reicht. Das ist wichtiger, wenn er mit mir kämpfen will. Wenn ich was gucke, ist alles ausgerüstet? Ne, habe ich nicht. So. 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 Es ist nichts dabei. Ach, nur ein Bettler. Okay, der will nur was verkaufen. Warum geht es? Na gut. Ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Die feinsten Waren zum unschlagbaren Preis. Aha. Na gut. Zeig mir dein Angebot. Wie du wünschst. Oh, oh. 10,5. Ja, nehmt mal. Brauche ich eigentlich nicht. Ist aber furcht. Aber kann. Ist gut. Ja, gut. Ist egal. Komm, reit mal weiter. Aber 10,5 für den Retterstab ist wurscht. Können wir machen. Mit der Arbeit bett noch ein bisschen Geld. So, muss man ja langsam in den Hof einreiten. Sitzt du da? Nö. Noch zu früh. Theresa ist noch gar nicht wach, ne? Ja, mit dem brauche ich auch nicht zu reden dann. Na gut, dann reiten wir weiter. Dann reiten wir einfach weiter. Können wir noch mit dem reden. Dann müssen wir mit dem Herrn Jeschek noch sprechen. Okay, das machen wir dann auch. Gucken, ob da schon jemand ansprechbar ist von den Zweien. Sollen wir erst mal gucken, dass ich mit dem... Ist noch recht früh hier, ne? Guck mal, der läuft da rum. Ja, okay. Also, der ist nicht mehr im Bett. Dürfte wieder da rein. Aber irgendwie will ich lieber mit dem... Dingsbums zuerst sprechen. Obwohl eigentlich egal ist, ne? Jetzt kenne ich jeder fest hier, weil die blöden... Gänse hier auf der ganzen... zur Zeit hier die... Ich bin am Verzweifeln. Meine Güte. Ich will ja hier mit dem reden. So. Gott segne dich. Das betrübt dich. Nix. Wegen der Mine. Ich bin wegen der Mine hier. Sehr gut. Was hast du herausgefunden? Ich konnte nicht überall nachsehen. Aber ich habe etwas in Erfahrung gebracht. Was denn? Wendel und seine Leute haben Silber gestohlen. Diese Maden. Ich wusste es. Hast du ihn hergebracht? Leider nicht. Er hatte Angst, auf dem Scheiterhaufen zu landen und versuchte, mich zu töten. Nun, ich bin froh, dass ihm das nicht gelungen ist. Aber nun werde ich gar nichts erfahren. Tja, das ist wohl Pech, nicht wahr? Liebewohl. Na, kann ich mit dem nochmal reden? Ja, kann ich schon, aber ist nix. Möge Gott mit dir sein. So gibt es ja nix für. Kein Ergebnis. Nix. Na gut, dann versuche ich das. Und wenn es ihm nicht schmeckt, sperre ich ihn zu den Hühnern, dass er nächstes Mal einen anständigen Hunger hat. Da müssen wir mal gucken, dann... Ja, ja. Ja, ihr kommt, wer läuft denn denn hier rum? Zack. Da ist er ja. Gute Arbeit, Heinrich. Vielen Dank, Herr. Ich würde dir gern etwas Ruhe gewähren, aber ich muss dich schon wieder um etwas bitten. Was immer du befehlst. Jeschek weigert sich zu reden. Der halsstarrige Bastard verlangt nach dir. Nach mir? Ja. Normalerweise würde ich Hauptmann Bernhard schicken, um alles aus ihm herauszuprügeln. Aber wenn er unbedingt mit dir sprechen will? Ich werde versuchen, ihm etwas zu entlocken. Wo ist er? Im Turm eingesperrt. Bernhard, gib dir den Schlüssel. In Ordnung, Herr. Nee, das nicht. Okay. Aha. Die habe ich schon. Den habe ich schon mal dem Hauptmann Bernhard geklaut. Hündchen? Komm, kriegst du noch was zu fressen. Uns zittert Fleisch eh nicht besser. Sieh mal, was ich für dich habe. Muss das loswerden. Ganz lecker. Blöde Hundefleisch hier. Ich glaube, ich gehe zum Metzger und verrückere dem das. Hier gibt es ja nichts zum Verkaufen. Hier unten, ne? Ja, okay. Was soll das Vetter stehen? Wir sind ja hier in der Stadt. Was ist der denn da? Guck mal da. Gott schütze dich, Heinrich. Na? Schlegel? Ich würde mal erstmal mit dem Herrn, mit dem Jeschek reden. Aber ich glaube, ich werde dem diesmal nicht so... Es reicht. E. Aufschließen. Hö? Hast du jetzt gerade hier hochkommen? Äh, das kann ja dauern, oder? Nein, was ist das? Ich... Ich schließe mal hier auf. Oh. Endlich. Ich warte schon ewig. Weshalb willst du gerade mit mir sprechen? Ratze, ich hält mich nur so lange am Leben, wie es dauert, alles aus mir herauszubekommen. Du hast mir jedoch gewisse Dinge versichert. Ich möchte die Geheimnisse, von denen mein Leben abhängt, in guten Händen wissen. Ach, Blödmann. Oh. Dann rede schon. Sag mir, was du weißt. Dann sehen wir weiter. Gut. Frag mich, was du willst. Ich werde mich nicht widersetzen. Ich will in erster Linie wissen, wer hinter all dem steckt. Für wen habt ihr diese Münzen hergestellt? Du denkst, alleine wäre ich dazu nicht imstande gewesen? Ich will dich nicht beleidigen. Aber eine Person allein bringt das nicht fertig. Na gut. Es fing damit an, dass ich pleite war. Wie immer. Also ließ ich mich von diesen Pressern in Sasau anheuern. Anheuern? Wozu? Ich habe nicht allzu viele Fragen gestellt. In diesem Geschäft ist das keine gute Idee. Aber als sie erfuhren, dass ich kein Niemand war, übertrugen sie mir die Leitung fürs Fälschen. Ein Fremder namens Eric gab mir Anweisungen, aber er ist keinesfalls der Kopf der Bande. Und ein Hochrangiger im Kloster ist ebenfalls in die Sache verwickelt. Aber keine Ahnung wer. Ähm. Das wollte ich wissen. Dieser hochrangige Kerl im Kloster. Was kannst du mir über ihn sagen? Ich weiß nicht, wer er ist. Nur, dass er ein hohes Tier sein muss. Immerhin kümmert er sich um den Austausch der Fälschungen in Passau. Hm. Ja, verstehe. Kannst du mir sonst noch etwas über ihn sagen? Nein. Er hätte mich mit Werkstoffen beliefern sollen. Aber das tat er nicht. Eric meinte, er hätte kalte Füße bekommen. Mhm. Gut. Dieser Eric. Du meinst, er hat nicht das Sagen? Er spreizt sich wie ein Pfau, ist aber bloß ein blauäugiger Welpe. Außerdem redet er ständig von seinem Herrn, wenn auch nicht namentlich. Wo finde ich diesen Eric? Eric, ihr müsst einen Treffpunkt gehabt haben. Er kam immer unangemeldet zur Werkstatt. Aber nach allem, was sich ereignet hat, bezweifle ich, dass er sich dort wieder blicken lässt. Wie hast du überhaupt davon erfahren? Vor ein paar Monaten traf ich ein paar alte Freunde in Colleen. Sie sagten, sie wären unterwegs nach Sasau, da man dort harte Kerle anheuern würde. Und dass sie jeden nehmen. Alte Freunde? Wer denn? Ach, bloß ein paar Briganten. Wir überfielen früher in Mähren gemeinsam die Boten des Markgrafen. Nette Freunde hast du da. Ich hatte Streit mit dem Markgrafen. Ein Mann wie ich lernt so alle möglichen Leute kennen. Und was dann? Rapota und ich haben uns monatelang von Brautrinde ernährt. Also schlug ich das Angebot auf Arbeit nicht aus. Ob ehrlich oder nicht. Wir ritten nach Sasau und trafen uns mit den Pressern. Sie erkannten schnell, dass ich kein Bauer, sondern ein Adliger in Nöten war. Komm langsam zum Punkt. Nun, sie stellten mich diesem Erik vor und sagten mir nur das Nötigste. Sie errichteten die Werkstatt und beschafften die Männer, Rohstoffe, alles. Presser? Willst du damit sagen, dieser Erik heuert in Sasau bewaffnete Männer an? Nun, scheint so. Ich gab den Pressern dafür etwas von den Münzen ab. Den gefälschten natürlich. Wo finde ich diese Presse? Schwierig. Meine Freunde führten mich zu ihnen. Wir trafen uns mit ihnen in den Wäldern bei Sasau. Man muss nur die richtigen Leute kennen. Du sagtest, du hast denen Geld gegeben. Wo? Sie ritten zu mir zum Minenschacht. Aber ich schätze, dort wirst du sie nicht mehr finden. Hm. Wenn du meinst. Ja, dann sind wir also fertig. Das sollte genügen. Das sollte fürs Erste reichen. Legst du bei Herrn Ratzig ein gutes Wort für mich ein? Ich würde ihm die Treue schwören. Ich will kein Abtrünniger mehr sein. Ich mach mal so. Wieso sollte Herr Ratzig deine Treue wollen? Du bist ein Verbrecher und so wirst du behandelt. Aha. Mach die Tür mal zu. Du verschlechtert bei dem, oder? Das ist ja nicht so wichtig. Die steckt ja immer noch da auf der... Kann man nicht aufmachen. Ist da der Rapot da drin? Was ist denn da drin? Ah, da ist immer noch der Kumane, ne? Okay. Dann steppt er nicht auf der... Treppe da die ganze Zeit rum. Hallo. Lass mich mal mal durch. Meine Güte. Schaut euch diese Gurken an. Die bleiben den ganzen Winter frisch. Schnell, greif zu! So gut. Haben wir sonst noch was? M auf der Karte. Ist sonst weiter nix. Ach, guck mal. Er ist jetzt wieder da unten. Ja, guck mal. Unser... Na, er ist da. Herr Ratzig. Sonst haben wir hier nix, ne? Hauptmann Bernhard ist da oben. Aber Kampfmeister. Hier ist nix los, ne? Mal was anderes gucken. Immer noch nicht. Ich will da einfach gucken, ob da noch weit ist. Das weiß ich auch nicht. Hier ist irgendwo im Balken. Aber der weiß ich gar nicht so genau, wo das ist. Hab da auch keinen Plan. Keine Karte von... Ist immer noch nix. Na, dann nicht. Na gut, dann gehen wir erst mal zu dem. Biss sonst weiter nix an. Gehen wir mal erst mal zu dem Herrn Ratzig. Reden mit dem. Dann haben wir das abgeschlossen. Unten müssen wir in der Regel nicht. Da geht er wieder in den Treppen hoch. Was hast du herausgefunden? Ja. Alles mögliche. Ein Fremder namens Eric steckt hinter dem Fälscherring. Und irgendein Hochrangiger im Kloster. Im Kloster? Tatsächlich? Das hat Jeschek behauptet. Dann ist es schlimmer als befürchtet. Wenn das wahr ist, müssen wir äußerst vorsichtig vorgehen. Weshalb? Können wir uns nicht einfach im Kloster umsehen? Nein. Wenn die Kirche damit zu tun hat, steht es nicht in meiner Macht. Aber wenn jemand im Kloster Verbrechen gegen die Krone verübt. Natürlich. Und wieso verhafte ich Siegesmund von Luxemburg nicht auch gleich, wenn ich schon dabei bin? Er ist auch ein Verbrecher. Ich muss nachdenken. Das ist eine vertrückte Angelegenheit. Und ich muss mich mit Herrn Hanusch beraten. Was ist mit diesem Eric? Wer ist er? Das weiß ich nicht. Aber er heuert Männer in Sasau an und stellt eine Armee auf. Verdammt! Priebus Lavitz war also nicht das Ende der Geschichte. Höchstwahrscheinlich nicht, Herr. Noch dazu ist Herr Jeschek davon überzeugt, dass Eric nur ein Mittelsmann ist und jemand anderes die Fäden zieht. Du solltest nach Sasau zurückkehren und das genauer untersuchen. Wenn Sie einen Angriff planen, müssen wir diesmal früher davon erfahren. Ich bezweifle, dass es so einfach ist. Herr Jeschek kennt die Presser nicht und weiß nicht, wo sie zu finden sind. Du musst das irgendwie hinbekommen, Junge. Erzähl mir nicht, hier versammelt sich eine Horde Bewaffneter und niemand weiß davon. Ich kenne Simon, den Müller aus Sasau. Na bitte. Müller wissen gewöhnlich immer, was sich in der Gegend abspielt. Geh und sprich mit ihm. Aber sei vorsichtig, Heinrich. Und vermeide es, meinen Namen zu nennen. Das zöge nur unerwünschte Aufmerksamkeit auf dich. Die Presser sollen dich für einen gewöhnlichen Dorfjungen halten, den sie anwerben können. Verstanden, Herr. Ich werde mein Bestes geben. Ich weiß, ich verlange viel. Aber ich wüsste niemanden, der besser für dieses Unterfangen geeignet wäre. Ähm. Gibt es da mal einen Ärger mit dem... Wie du befiehlst. Wie du befiehlst, Herr. Den anderen kann ich nicht mehr machen. Na gut. Ich kann mit dem nochmal reden. Gott sei mit dir, Heinrich. Ich beglückwünsche dich zum Sieg beim Turnier. Ich bin stolz auf dich. Ähm. Na gut. Brauchen wir nicht. Gefahren auf den Straßen machen wir jetzt noch nicht. Das ist noch ein bisschen hin. So. So. Woll jetzt bei dem an die Truhe können. Aber ich vermute mal nicht. Kennen wir doch. Blöd Mann. Oh. Können wir nicht. Ähm. Gehen wir vorbei hier. Lass den mal rum. So. Wurzelt die Uhr. Hallo. Zur Theresa können wir jetzt noch. Komm mit, Hund. Reiten runter. Ab zur Theresa. Erstmal zu Theresa. Wir können ja dem Pesek das komische Hundefleisch verkaufen. Döde Zeugs. Nervt. Das ist Schrott in der Tasche zu haben. Oh ja. Mach ich. Schmeiß ich raus den Müll. Weg damit. Ich hab dem noch. Mittlerweile dürfte der auch wieder Geld haben, oder? Ansonsten ist ja doch egal, ob er Geld hat oder nicht. Geld hat. Dafür gibt's eh nix. Gescheiz. Ah, Theresa sitzt da schon wieder. Hallo. Ich bin ja wieder da. Hm. Wollen wir mal noch mal gucken mit dem Pferd. Ähm. Habe ich hier noch von dem Fleisch drin genommen. Ja. Genau. Wollen wir da ganz ohne Fleisch verkaufen. Hallo. Böller. Beste Gesundheit. Ich hab noch was Schrott zu verkaufen. Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern abhanden gekommen sind. Aha. Mal sehen, was wir da machen können. Ja, viel Glück. Ähm. Ja, wieder Geld. Das ist schon die 1000. 55555. Das ist nix zum Verkaufen. Das ist so nix. Halt bei Apfelwörder. Die kann man verkaufen. Genau. Ein bisschen Schrott hier. Oh. Ist auch schon durch. Heimlichkeit. Okay. Okay. Das ist so nix zum Verkaufen. Okay. Damit. So. Guckt wieder nach dem Hund. Hallo, Theresa. Ich wette, du schläfst sogar in der Rüstung. Ja. Was? Soll ich Kleidung nähen lassen. Genau. Ich habe was, das genäht werden muss. Könntest du das machen? Na schön. Ich will nicht, dass du wie ein Landstreicher herumläufst. Zeig mal her. So. Und jetzt spazieren gehen. Ach. Na schön. Dann können wir spazieren gehen. So. 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 Das ist jetzt immer dasselbe. Da ändert sie jetzt nichts. Glaube ich. Nicht, dass ich wüsste. Ich weiß nicht. Die Szene finde ich immer irgendwie so. Die sieht so schmalzig aus. Ich weiß nicht. Naja, egal. Wieder zurück. So, mal wieder. Also dann, Heinrich. Leg wohl. Na gut. Und ich mache jetzt hier ein Schläfchen, ein Nickerchen für eine Stunde. Und dann beenden wir die Folge. Und dann gehen wir gleich zum Herrn Hans. In der nächsten Folge. Dann fangen wir mit dem DLC an. Amorösen-Abenteuer des Herrn Hans Capone. Die werden dann auf dem Plan stehen. So, sagen wir mal tschüss. Bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.